Hallöchen und herzlich willkommen zur Softwaretechnik Vorlesung. Das ist die erste Vorlesung im neuen Semester. Die Veranstaltung Softwaretechnik läuft ja über zwei Semester. Softwaretechnik 1 war im Wintersemester. Softwaretechnik 2 läuft jetzt im Sommersemester. Im letzten Semester hatten wir zehn Vorlesungsblöcke. In diesem Semester wird es ein paar weniger geben, sondern nur im Rhythmus von so alle zwei Wochen etwa. Und ich werde euch im Laufe dieser Vorlesung am Anfang so einen kleinen Überblick geben, was uns im Semester erwartet. Und dann werden wir uns das Thema Softwareevolution vorknüpfen. Viel Spaß mit der Vorlesung. Softwareengineering 1. Ich habe das letzte Semester abgeschlossen mit einer kurzen Zusammenfassung zu den Themen. Die Grafik möchte ich nochmal aufgreifen. Wir haben letztes Semester über viele Dinge gesprochen, über viele Grundlagen in der Softwaretechnik. Anforderungen, die Modellierung, Architektur, den Entwurf, Implementierung, Testen, aber auch Entwicklungsprozesse, Entwicklungsmodelle, die uns sagen, in welcher Reihenfolge diese Sachen passieren sollen. Und wir haben auch über Projektmanagement-Techniken gesprochen, die uns ermöglichen, erfolgreiche Projekte durchzuführen. Der Teaser für dieses Semester war, dass ich gesagt habe, Softwaretechnik 2. Da werden wir jetzt besprechen, wie man das eigentlich richtig macht mit der Softwareentwicklung. Natürlich ist es so, dass wir mit jeder der Vorlesungen schon ein bisschen näher dahin wollten, dass man wirklich die Software produziert, die auch gebraucht wird, dass sich alle Akteure verstehen und dass es nicht so läuft wie hier in diesem Beispiel mit der Schaukel. Nichtsdestotrotz gibt es eine Reihe von weiteren Themen, die wir vertiefen wollen und ich habe da überlegt, was sind sozusagen die wichtigsten vertiefenden Themen, die ihr auf jeden Fall mitnehmen solltet. Und die gucken wir uns jetzt an. In Softwaretechnik 2 wird es also hauptsächlich um Themen gehen, die in irgendeiner Form querschneidend sind zu all den anderen. Wir werden also nicht eine Vorlesung rauspicken und sagen, das machen wir jetzt noch mal ein bisschen genauer. Sondern typischerweise sprechen wir über ein Thema, was wir an ganz vielen Stellen vielleicht schon mal so ein bisschen angesprochen haben, aber noch nicht so richtig behandelt. Das erste Thema, mit dem wir uns auch heute schon auseinandersetzen wollen, ist das Thema Softwarepatches oder eben Softwareevolution. Wir sehen hier in dem Beispiel mit der Schaukel, natürlich kann man immer irgendwie Sachen wieder reparieren und wenn man das eine ganze Zeit lang macht, dann sieht die Software vielleicht nicht mehr so schön aus und lässt sich nicht mehr so gut benutzen, beziehungsweise eben hier die Schaukel. Es geht weiter. Wir werden in der nächsten Vorlesung dann über Softwaremaintenance reden. Softwareevolution und Maintenance sind tatsächlich Begriffe, die relativ ähnlich sind. Allerdings werden wir das dann im Rahmen der Softwaremaintenance-Vorlesung noch mal ein bisschen auseinandernehmen. Da reden wir also über Wartungsaufgaben. Also Softwareevolution meinen wir jetzt eher, wir haben diesen kontinuierlichen Prozess, bei dem wir weiterentwickeln und im nächsten Vorlesungsblock werden wir uns mit Softwarewartung beschäftigen. Gut, dann ist eine Frage, wann wird das ganze die Software eigentlich ausgeliefert? Wie funktioniert das mit dem Ausliefern und was dafür die Grundlage bildet, ist das sogenannte Konfigurationsmanagement. Begriffe, die ihr vielleicht eher schon gehört habt, sind so was wie Git, weil er das eben auch schon benutzt hier in der Vorlesung, Versionskontrollsysteme. Aber wir werden da auch weiterhin weitergucken und den Blick ein bisschen schärfen auf sowas wie Continuous Integration, Continuous Delivery. Gut, das zum, ja, den ersten drei Vorlesungsblöcken. Wir werden das Semester, in dem Semester auch über Open-Source-Software sprechen. Und jetzt kann man meinen, ja, Software, wenn die Open-Source sein soll, dann stelle ich die halt einfach online und gut ist. Wir werden feststellen, dass es nicht so einfach ist. Es gibt viele Fallstricke dabei und insbesondere das Thema Lizenzen, was eine große Rolle spielt für euch später. Gut, dann werden wir über ein Thema sprechen, nämlich die strukturierte Wiederverwendung. Und um es sozusagen aus einer anderen Sicht zu bringen, wir haben hier die Schaukel, die natürlich richtig gut im Marketing beworben werden muss. Aber wenn man eben Sachen jetzt so gut bewirbt, dann muss man im Hintergrund natürlich auch eine Technologie haben, die einem erlaubt, das alles auch zu schaffen. Also wenn ich jetzt dem Kunden das Blaue vom Himmel verspreche, dann muss ich das natürlich auch erreichen. Wir werden uns angucken, was Softwareproduktlinien mit eben diesem Marketing zu tun haben und wie wir Wiederverwendung tatsächlich in die Entwicklung reinbringen können. Und eine Vorlesung wird explizit zum Thema Kompilierung und statische Analysen sein. Was hat das jetzt mit dieser Schaukel zu tun und wie die unter Last funktioniert? Tatsächlich kommt mir das Bild bekannt vor. Das ist mir schon mal passiert mit einer Schaukel, dass die unter mir zusammengebrochen ist. Wir kennen das natürlich auch alle von Software, dass Software sozusagen vielleicht nicht unseren Anforderungen entspricht. Und viele Fehler können wir mit Compiler-Techniken finden. Und Compiler sind ganz interessant, weil sie verschiedene Bereiche der Informatik, nämlich theoretische und technische Informatik, sehr schön zusammenbringen und deswegen da ein kleiner Einblick in Compiler-Techniken und in statische Analysen. Insbesondere zu Compiler-Techniken und Softwareproduktlinien bieten wir dann auch weiterführende Kurse an, die ihr im Bachelor oder Master dann hören könnt. Gut, also heute aber erstmal zum Thema Software-Evolution und da wollen wir auch gleich einsteigen und loslegen. Die Vorlesung ist in drei Teile unterteilt. Wir werden uns im ersten Teil so ein bisschen angucken, Revue kapitulieren, was wir in Software-Technik 1 jetzt eigentlich so behandelt haben und wie das vielleicht schon mit Änderungen an der Software- und Software-Evolution zu tun hatte. Im zweiten Teil kommt ein etwas esoterischerer Teil zugegebenermaßen. Es ist so, dass vieles in dem Bereich der Software-Entwicklung tatsächlich auf Erfahrungen basiert. Und wir werden hier über sogenannte Programmierweisheiten sprechen. Also Programming Wisdom, das heißt Sachen, die sich Entwickler austauschen, wo sie viele Jahre programmiert haben, um dann an diesen Punkt zu kommen und eine Weisheit zu haben. Und von diesen Weisheiten möchte ich euch ein bisschen was mitteilen. Gut, und dann im letzten Teil wird es wieder ein bisschen konkreter. Wir werden diese Weisheiten versuchen, in konkrete Handlungsanweisungen zu gießen und das machen wir in Form von sogenannten Smells. Also wir werden feststellen, ob unser Code irgendwie schimmlig riecht oder irgendwie blöd duftet. Und wenn dem so ist, werden wir uns überlegen, wie können wir diesen Code dann verändern und verbessern in Form von Refactorings. Und dann steigen wir ein mit dem ersten Teil. Wie gesagt, nochmal so ein kleiner Überblick, was haben wir so an Themen behandelt und was hat das jetzt mit Software-Evolution zu tun? Erstmal, Änderungen sind unvermeidbar und das wird uns im Rahmen der Vorlesung immer mal wieder begegnen und dazu lasse ich euch kurz diesen Text hier lesen. So, was sehen wir da drin? Also erstmal ist ein Punkt, dass wir Anforderungen haben. Wenn sich diese Anforderungen ändern, müssen wir die Software sehr wahrscheinlich ändern. Das heißt, das kann eine typische Quelle sein. Es kann aber auch sein, dass sich einfach neue Technologien ergeben, dass es neue Programmiersprachen gibt. Es kann sein, dass es einfach neue Kommunikationsmöglichkeiten gibt oder neue Betriebssystem-Versionen, die neue Sachen ermöglichen. Was jetzt passieren muss, ist nicht nur, dass wir den Entwurf ändern müssen und die eigentliche Implementierung, sondern wir müssen das Ganze auch neu testen. Und das ist sozusagen dieser Dreiklang und wir werden alle drei Bereiche heute ein bisschen mit ansprechen. Also was hat das mit dem Entwurf zu tun? Was für Änderungen müssen am Programm vielleicht passieren? Wie kann ich sicherstellen, dass diese Änderungen, die ich gemacht habe, auch tatsächlich das sind, was diese Änderung bewirken sollte? Gut, Änderungen sind unvermeidbar. Nicht immer müssen sie so aussehen wie hier. Das ist ein Bild, das ich selbst gemacht habe aus der Straßenbahn in Ulm. Und die Straßenbahn in Ulm hatte offensichtlich vor längerer Zeit Anzeigen, die einfach nur einen kurzen Text anzeigen konnten. Und da hat man festgestellt, aus welchem Grund auch immer, man wollte auch andere Haltestellen anzeigen oder aber man wollte eben Werbung präsentieren, hat man festgestellt, okay, das funktioniert nicht mehr, wir brauchen hier was Neues. Man hat was Neues entwickelt, man hat das eingebaut und man hat es eben einfach davor gebaut. Und ich finde es hier bemerkenswert an dem Beispiel, dass man sich nicht mal die Mühe gemacht hat, quasi das Gerät dahinter vom Strom abzuklemmen. Es wird einfach weiterhin dahinter angezeigt, obwohl man es wirklich nur sehen kann und lesen kann, wenn man direkt darunter sitzt. Gut, aber was wir hier an dem Beispiel natürlich auch sehen, es gibt immer wieder Veränderungen. Es gibt immer wieder aus der Umgebung irgendwas, was sich entwickelt. Und ich meine, natürlich sieht man jetzt hier vor allem erstmal irgendwie die Hardware. Natürlich hängen damit auch Softwareveränderungen zusammen. Es reicht nicht, dass diese Anzeige eben weiß, was die aktuelle Haltestelle ist. Auch die nächsten müssen bekannt sein. Hier wird sogar angezeigt, in welchen Minuten. Und natürlich muss man da eben auch die Software entsprechend anpassen. Wir haben in der Vorlesung zu Anforderungen, habe ich mit dieser Folie aufgehört und habe gesagt, dieses Zitat, Walking on water and developing software from a specification are easy if both are frozen. Und dieses Zitat hat unglaublich viel in sich, weil natürlich ist es leichter, über Wasser zu laufen, wenn es gefroren ist, aber natürlich trotzdem noch nicht so richtig leicht. Weil wer das schon mal gemacht hat, da kann man ziemlich leichter ausrutschen, wenn das gefroren ist. Und so ähnlich ist das mit der Software auch. Natürlich ist es gar nicht so leicht, Software zu entwickeln, aber es ist deutlich leichter, wenn sich die Anforderungen nicht ständig ändern. Jetzt passiert das allerdings. Und wir können uns angucken, warum ändern sich Anforderungen. Und Anforderungen können sich ändern, weil sich das Problemverständnis geändert hat. Es gibt verschiedene Stakeholder, es gibt verschiedene Personen, die mit der Entwicklung zu tun haben. Und die haben am Anfang ein gewisses Verständnis von dem Problem und je länger die daran entwickeln oder mitwirken an dieser Softwareentwicklung, umso genauer verstehen sie das Problem. Und jetzt ist halt die Frage, was macht man mit diesem genaueren Verständnis, aber im Allgemeinen führt es dazu, dass ich eben Änderungen auch an den Anforderungen vornehmen muss. Vielleicht habe ich einfach neue Hardware, ich habe geänderte Hardware und muss darauf irgendwie geschickt reagieren. Ist ein ziemlich aktuelles Thema, Teile der Automobilindustrie sind blamgelegt, weil gewisse Chipsätze fehlen. Und natürlich ist es schwierig, jetzt so schnell zu reagieren und auf komplett neue Hardware umzusteigen, weil das eben auch Änderungen an der Software bedeutet. Wir müssen vielleicht Schnittstellen zu anderen Systemen schaffen, mit anderen Systemen kommunizieren. Diese Systeme können auch neu dazukommen oder diese Systeme können sich wiederum ändern. Und dann gibt es vielleicht auch neue Gesetzgebungen. Im Automobilbereich gibt es immer wieder neue Gesetzgebungen in letzter Zeit, aber natürlich sehen wir auch viel im Punkto Datenschutz, was sich für die Softwarewelt in der letzten Zeit getan hat. Und dann kommt noch was hinzu, man kann jetzt bei vielen Sachen immer sagen, hätte man das nicht vorher sehen können. Eine Sache, die man ganz schwer vorher sehen kann, ist, es gibt verschiedene Anwender, es gibt verschiedene Personen mit Anforderungen. Und manchmal widersprechen sich diese Anforderungen. Wir müssen in irgendeiner Form einen Kompromiss finden. Und das ist manchmal vorher schwer abzuschätzen, was jetzt der beste Kompromiss ist. Und da kann es einfach passieren, dass man dann eben einen anderen Kompromiss für besser erachtet später und deswegen auch Änderungen an den Anforderungen oder der Software vornimmt. Gut, Software-Evolution. Ihr konntet mir auch selbst im letzten Semester zugucken beim Programmieren. Wir haben nämlich den Taschenrechner uns angesehen. Wir haben einen selbst implementiert, weil der von Windows Probleme gemacht hat, die wir uns angesehen haben. Jetzt kann man sagen, selbst diese Schritte, die wir da machen, dass wir haben einfach verschiedene Sachen implementiert, auch das kann man als Evolution auffassen. Das ist jetzt tatsächlich eine Frage sozusagen nach dem Begriff und der ist relativ schwammig in der Literatur auch, Software-Evolution. Tatsächlich selbst diese kleinen Schritte, die mich eigentlich zum Ziel, zum Umsetzen meiner Anforderungen bringen, auch die kann man als Software-Evolution auffassen. Und manchmal ist es sogar gar nicht so schlecht, wenn wir das gleich auffassen, weil ob ich jetzt diese Änderungen, die ich gerade mache, mache wegen einer neuen Anforderung oder wegen einer geänderten Anforderung oder wegen einer Anforderung, die ich einfach vorher noch nicht umgesetzt habe, ist manchmal auch einfach relativ egal. Und wir können jeweils die gleichen Konzepte bemühen, zum Beispiel eine Testtechnik, die wir uns gleich noch angucken. Und wir können jetzt wiederholen, zum Beispiel eine Anforderung oder wegen einer Anforderung oder wegen einer Anforderung oder wegen einer Anforderung. Ja, das mal wieder ein XKCD. Die habt ihr unter Umständen schon vermisst. Mit den XKCDs werden immer wieder Sachen ziemlich gut auf den Punkt gebracht. An der Stelle natürlich etwas weiter weg von der Realität vermutlich. Aber der Punkt dahinter ist ja folgender. Wir haben hier offensichtlich einen Effekt, dass manchmal Programmierung gut klappt und manchmal nicht gut. Und hier wurde das jetzt auf den Alkoholgehalt im Blut reduziert. Ob das jetzt so relevant ist und ob das die Lösung der Dinge ist, das wage ich zu bezweifeln. Wir haben allerdings im letzten Vorlesungsblock tatsächlich schon etwas besprochen, was relativ nah an der Lösung schon ist und was uns schon viel hilft, nämlich die Entwurfsmuster. Das heißt, wir haben uns überlegt, wenn ich einen Softwareentwurf mache und ich habe eben gewisse Sachen, die ich möglichst leicht implementieren möchte. Und manchmal haben wir sogar darüber nachgedacht, wie man etwas leicht in Zukunft machen kann, weil man einfach schon so ein bisschen vorausschauend guckt und sagt, das und das könnte vielleicht später noch kommen. Oder man kennt ja auch schon eine gewisse Menge von Anforderungen und weiß, dass manche Sachen später noch kommen können. Dann können wir das entsprechend berücksichtigen. Und bestimmte Entwurfsmuster bieten eben bestimmte Möglichkeiten, dass ich manche Änderungen leichter nachvollziehen kann. Das haben wir relativ ausführlich gemacht, deswegen werde ich da jetzt hier nicht noch mal groß drauf eingehen. Wir werden allerdings heute im zweiten Teil auch so ein bisschen verstehen, wo die Grenzen sind von diesen Entwurfsmustern und was man sonst noch an Techniken drumherum braucht. Des Weiteren haben wir über Prozessmodelle gesprochen und auch da gibt es natürlich eine Parallele und Verbindung zur Software-Evolution. Und das sehen wir hier in dem Schaubild zum Wasserfallmodell, zum Beispiel an den Kanten, die jetzt wieder nach oben laufen, wo wir eben diese ganzen Treppen wieder hochlaufen müssen, um von vorne, damit von oben wieder das Wasser runterfließen kann. Und auch hier sehen wir, da haben wir das schon viel diskutiert, Änderungen an Anforderungen sind tatsächlich das Aufwendigste, was einem passieren kann, weil man durch alle Phasen wieder laufen muss. Was wir allerdings hier auch sehen, ist, es gibt eben schon irgendwie so Änderungen. Es gibt eben Sachen, die man irgendwie erkennt in irgendeiner Phase, wo man zurückgehen muss und muss irgendwie Sachen noch mal ändern. Und heute wollen wir eben ein bisschen expliziter eben über diese Änderungen, über diese Software-Evolution reden. Bei einem anderen Entwicklungsmodell, nämlich Scrum, ist die Evolution eigentlich schon direkt eingebaut. Wir haben das auch als agiles Modell vorgestellt. Bei Scrum entwickelt man in so zwei bis vier Wochen Zyklen und in diesem Sprint, in diesem Zyklus der Entwicklung nimmt man sich eben bestimmte Sachen vor. Und der Rest ist aber noch bekannt, was man noch so machen könnte danach. Aber es ist eben noch nicht festgelegt, was sich in den nächsten zwei, drei Monaten sozusagen implementieren. Und auch hier sehen wir, jetzt kann man sich fragen, was da dran ist, jetzt die Software-Evolution. Ist es das, was eben alle Monate neu da rausfällt? Das wäre sozusagen die grobe Ansicht davon. Und man kann aber auch sagen, das, was täglich an Änderungen reinkommt, das sind für mich auch Evolutionsschritte. Das sind sozusagen auch Neuentwicklungen der Software. Gut, und letztlich, und das nur noch ganz kurz, wir haben auch über Projektmanagement natürlich geredet. Und auch hier sehen wir das so ein bisschen, dass Software nicht einfach in einem Schritt da ist, sondern dass es eben in Schritten entsteht, dass manche Schritte auf andere aufbauen und die brauchen. Und was wir hier in dem Gunshot im Prinzip erkennen können, ist, dass es eine Reihe von Prozessen gibt. Und jetzt ist wieder die Frage, was ist für uns Software-Evolution? Und der Begriff, wie gesagt, in der Literatur ist meist so allgemein, dass man sagen kann, sowohl die einzelnen Schritte, dass ich sage, jede Woche habe ich irgendwie was erreicht, habe ich was neu gekonnt. Selbst das sind Evolutionsschritte. Ich kann aber auch sagen, das, was am Ende von einem Projekt rausfällt, sind jetzt die Schritte, die mich interessieren, die ich zum Beispiel beim Testen mehr angucken möchte. Und da sind wir bei einem Punkt, bei dem wir jetzt tatsächlich noch ein bisschen was Neues besprechen wollen, nämlich das sogenannte Regressionstesten oder Englisch Regression Testing. Regressionstesten, was bedeutet das? Ich lasse euch hier erstmal wieder kurz die Definition lesen. Ist relativ kurz. Was bedeutet es, wenn ich Regressionstesten mache, dann möchte ich die Änderungen abtesten. Ich möchte wissen, ob diese geänderten Teile wirklich den gewünschten Effekt haben und ob Stellen, die eigentlich nicht davon betroffen sein sollten, ob die trotzdem noch zu den Anforderungen passen, ob die trotzdem noch das Programm sich da noch genauso verhält. Was haben wir also für ein Ziel mit dem Regressionstesten? Mit dem Regressionstesten wollen wir, dass die Änderungen, die wir machen, wirklich die Effekte haben, die gewollt sind. Also ich habe eine neue Anforderung, die möchte ich umsetzen und genau das soll auch erreicht werden. Oder eine Anforderung wird geändert. Ich habe vielleicht eine Echtzeitfähigkeit und ich möchte sozusagen das noch weiter reduzieren, die Grenze. Und dann muss ich nachher gucken, ob das jetzt wirklich erreicht wird. Aber viel wichtiger sind die Punkte, die man eigentlich sonst nicht bedenkt, weil jede Änderung im Programm kann auch an anderen Stellen was kaputt machen. Es kann sein, dass dadurch eine andere Anforderung nicht mehr erfüllt wird. Und Regressionstesten zielt vor allem darauf ab, eben diese ungewünschten Seiteneffekte zu ermitteln und die herauszukriegen. Es gibt eine Reihe von Annahmen und die sind relativ zentral fürs Regressionstesten. Regressionstesten können wir jetzt nicht einfach immer anwenden, sondern eben wirklich nur, wenn bestimmte Sachen eintreten. Erstmal muss das, was wir uns da angucken bei der Entwicklung, muss eine kleine Änderung sein. Das ist natürlich ein schwammiger Begriff, aber wenn ich jetzt sage, ich habe die Komponente komplett neu entwickelt, dann ist eben die Frage, ob da jetzt Regressionstesten sozusagen so sinnvoll ist. Typischerweise geht es wirklich darum, ich mache eine kleine Änderung und ich möchte jetzt wissen, ob die gewünschten und die ungewünschten Effekte entsprechend so eintreten, wie man das möchte. Was wir auch brauchen, ist die Voraussetzung, dass die Version davor von dem Programm, von der Software, dass die größtenteils korrekt war. Natürlich haben wir manchmal Änderungsschritte, Evolutionsschritte, wo wir sagen, jetzt wollen wir folgendes Problem beheben. Und ganz klar, dann war das Programm natürlich vorher da falsch und ist dann danach da richtig. Aber wenn das Programm vorher noch nahezu überhaupt nicht die Anforderungen erfüllt, dann ist es schwierig, Regressionstesten einzusetzen. Und das möchte ich auch erklären, warum. Warum? Weil wir dann nämlich folgendes nicht so sinnvoll machen können, denn normalerweise, was wir beim Regressionstesten machen, ist eben die alten Ergebnisse mit den neuen zu vergleichen. Was machen wir da? Normalerweise beim Testen haben wir gesagt, wir brauchen irgendwie eine Spezifikation. Also wir sagen irgendwo, das sind unsere Testfälle, das ist das erwartete Ergebnis und das soll herauskommen. Das fällt aus der Spezifikation raus. Was wir jetzt aber zusätzlich noch machen können, ist, wir können sagen, diesen Testfall haben wir auf der Version vorher ausgeführt und da kam eine 5 raus. Oder ich rechne Wurzel von 4 und dann kam da beim letzten Mal die 2 raus. Und da möchte ich eben, dass auch weiterhin die 2 rauskommt. Das heißt, ich kann nicht nur die Tests bemühen an sich, sondern ich kann auch noch die Testergebnisse vom aktuellen Lauf mit dem vom vorherigen Lauf vergleichen. Und an der Stelle ist es eben genau dann schwierig, wenn ich einerseits so viele Änderungen gleichzeitig gemacht habe, weil dann habe ich an ganz vielen Stellen Unterschiede und dann ist es schwer, daraus etwas herauszulesen. Und zweitens, natürlich zeigt jede Änderung auch an, dass hier irgendwas passiert ist, eventuell ein ungemünschter Nebeneffekt. Und dafür ist es gut, wenn das Programm vorher weitestgehend korrekt war in Bezug auf die Testfälle. Gut, da gibt es zwei Charakteristiken, die sich daraus ergeben. Im Regressionstesten müssen wir natürlich auch die Ergebnisse von vorherigen Läufen irgendwie dokumentieren, weil warum sollen wir die ganzen Testfälle nochmal ausführen? Vielleicht dauert das eine Woche, die automatisiert auszuführen. Vielleicht können wir die nicht mal automatisiert ausführen, sondern müssen das manuell machen und das in zwei Wochen Aufwand. Dann ist es natürlich ganz gut, wenn wir den Aufwand nicht wiederholt machen müssen, sondern wenn wir da die konkreten Testergebnisse haben und gucken können, an welchen Stellen weicht es dann davon ab. Und dieses davon abweichen, das kann man sozusagen beliebig weit treiben. Man kann sagen, diese Methode liefert den gleichen Wert. Man kann aber auch in beliebige andere Richtungen gucken. Man kann Regressionen in Bezug auf Performance machen. Ich kann gucken, sind bestimmte Tests, laufen bestimmte Tests jetzt schneller oder langsamer und kann dann erkennen, ob es vielleicht auch ungemünschte Nebeneffekte in Bezug auf nicht funktionale Eigenschaften wie die Performance hat. Und den Punkt habe ich jetzt schon sehr ausführlich gemacht. Die Ergebnisse beim Regressionstesten vergleichen wir eben nicht nur zur Spezifikation, zu einem Testorakel, sondern zusätzlich auch zu den Ergebnissen von der zuletzt getesteten Version. Gut, das soll es zum Regressionstesten sein und das soll es auch sein zum ersten Teil in der Vorlesung. Wir haben uns jetzt angesehen, was ist eigentlich diese Software-Evolution und wo kommt die eigentlich her? Und wir haben gesehen, das ist einerseits durch inkrementelle Entwicklung. Die Software ist eben nicht auf einmal da, sondern sie wird Schritt für Schritt entwickelt. Das heißt, wir haben eigentlich immer Software-Evolution. Aber Software-Evolution kann auch getriggert sein durch geänderte Anforderungen. Und da haben wir uns angesehen, wodurch die Anforderungen zustande kommen können. Ich habe es kurz umrissen und da kann ich gerne auch noch mal die alte Vorlesung dazu wiederholen. Bei Entwurfsmuster haben wir schon ganz viel darüber gesprochen, dass zukünftige Änderungen leichter sein sollen. Und das macht natürlich dann auch die Evolution entsprechend leichter, wenn wir vorher gut erkennen können, was später passieren wird. Gut, und dann haben wir uns das Regressionstesten etwas genauer angesehen und ihr könnt hier bestimmte Sachen noch mal nachlesen im Somerville-Buch oder im Buch von Ludwig und Lichter. Und hier sind auch entsprechend die Links, wenn ihr da auf Somerville und Ludwig und Lichter klickt. Gut, auch hier soll es wieder eine kleine Aufgabe geben für euch. Ich möchte euch nämlich bitten, hier mal zu überlegen, was wäre ein Beispiel für eine Änderung oder was für ein System könnt ihr euch vorstellen oder mit welchem System habt ihr vielleicht schon mal erarbeitet, wo eine Änderung, und auch für diese Änderung sollt ihr ein Beispiel geben, eben entweder gut geeignet ist oder eben nicht gut geeignet ist fürs Regressionstesten und warum das so ist. Und da auch wieder, das macht glaube ich mehr Sinn, wenn ihr euch da auch ein bisschen zu austauschen und deswegen die Ergebnisse bitte wieder hochladen im Moodle. und ich gucke mir das immer an und wenn ich da größere Fehler sehe, dann werde ich das gerne auch diskutieren. Wenn ihr da Fragen habt, gerne auch da zu diesem Teil der Vorlesung mit reinstellen. Gut, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der Aufgabe und wir sehen uns gleich wieder. Vielen Dank.